Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, Demian. Jetzt gehe ich zu Naili, um zu berichten, da ich die Tour geöffnet habe. Ich habe immer noch nicht alle Seiten. Rebellion. Achso, das ist der Geheimgang. Schloss öffnen. Rebellion. Ich brauche langsam mal einen Händler. Liebe Diener, ich weiß, niemand ist so enttäuscht wie du über den Abbruch der diesjährigen Quidditch-Meisterschaft. Trotz meiner unermüdlichen Bemühungen bin ich offensichtlich unfähig, den Schulleiter zu überzeugen, seiner Entscheidung rückgängig zu machen, selbst für einen kürzeren Zeitraum. Dürfte ich dich bitten, dich bei ihm zu melden? Mir ist der Gedanke gekommen, dass es ihn vielleicht überzeugen könnte, von jemandem zu hören, mit dem er seine eigene Schulzeit verbracht hat und damals bei einem oder zwei Spielen jubelnd in den Zuschauernrängen stand, voller Dankbarkeit, Shio. Rebellion. Stufe 3. Stufe 3. Stufe 3. Was ist das denn für eine Truhe? Was ist das denn für eine Truhe? Ja, ist einer. Du gehörst mir, Demi Geiss. Achtung! Eine Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass bei einer Abwesenheit das Ereignis negativ beeinträchtigen würde. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Ich bitte von der Vorköstigung mit Süßspeisen abzusehen. Da diese herumstreuenen Ratten und Kniesel anlocken könnten. Ich bitte weiterhin darum, die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung auf 4 zu begrenzen. Schrank des Irrwichts In diesem alten Schrank soll sich ein mächtiger Irrwicht gefunden haben, den selbst 5 Professoren gemeinsam kaum abwehren konnten, Da er in seiner Form zwischen Werwolf, Tornado, einem Teller, Haggis, einem ungarischen Hornschwanz und jemanns Schwiegermutter hin oder her wechselte. Wieso gibt es hier keinen Verkäufer in der Nähe? Die Kleine ist jetzt lehrerin. Da hien. Hallo Nelly, ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. So. Rebellion. 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 komme keine ahnung sie können sich ja gar nicht vorstellen denn wie umständlich das Eisen vor so pulver war Alohomora da fliegt wieder eine Seite ausrüstung voll warum habe ich nicht mehr Platz Professor Binz ich muss sagen dass mich ihre Beobachtung ich muss sagen dass mich ihre Beobachtung die Schüler seien Lethargie im Höchstmaß erstaunt hat ich kann mit Gewissheit sagen dass ich keinerlei Anzeichen von Lethargie in meinem Unterricht feststellen konnte daher habe ich mich entschieden selbst mit einigen Schülern zu sprechen um diesen seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen auf diese Weise habe ich schon bald erfahren dass sie die wenig bekannten Fakten über historische Konflikte den Zentrum ihres Unterricht gestellt haben möglicherweise wäre es ratsam etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen einer der Schüler war den Tränen nahe als er mir von einer Prüfungsfrage über Grimm bald wefft und die Zahl und die Zahl der Köpfe auf der Kleidung eines Sauberers während der Revolution von 1752 berichtete offenbar einen Kopf mehr als die damalige Norm vorgab nicht wahr natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei ihnen aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun eine solche Detailwissen wertzuschätzen selbstverständlich ist dies lediglich meine private Meinung ich hoffe sie verzeihen dass ich sie ihnen dass ich sie ihnen ungefragt mitteilte voller hoher Achtung von Abram Roan Reveilion Phönix Statue diese Phönix ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf einem Löwenkörper wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zaubern eingesetzt um Wertgegenstände und Geheimversteckte zu bewachen da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat Kuto kann ich eh nicht mitnehmen genau zack da unten alter rebelle Das hat ihn hier blingend gemacht. Wo bin ich hier? Lumos Nordhalle 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 Réveilion Bin ich denn da wohl ich schon ein Teil war?! Ich bin der Zangyar. Wo geht es denn hier hin? Ja, hier war ich schon. Da sind diese Teppiche, womit ich keinen Plan habe, was ich damit machen kann. Gut. Dann reise ich da mal hin und gucke, was da für eine Aufgabe ist. Was haben Sie jetzt vor? Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht. Aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida. Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Äh, ja. Ja. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwasser-Gemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Also, ich kann schwimmen. Und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke! 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 Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Wo? Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach! Fini-to-fein-höhle. Sieh mal an! Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? In Centro! Okay. Die baut die drei. So. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Okay. Ich kann nur einen. jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. So. Oh. Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Rebellion! Das war's? Eine hier. Hier fliegen blaue Partikel rum. Okay. Hallo! Wie schön Sie zusehen! Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig! Ich hatte befürchtet, Sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu Ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde, diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad! Wundervoll! Das werde ich allen zeigen. Auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Was ist das denn für eine Mission da oben? Achso. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Boow. Bis zum nächsten Mal. Warmbał Lรfilo? Saya sch banal. Herrn Baumlegger. group abandoned. Vielen Dank.